Jo Freunde, was läuft, es geht, Gameplay, es ist zurück, eine neue Folge. Wir sind heute wieder im Five Gringos Casino. Ich habe mir jetzt von sagen und schreibe 10.600 Euro. Sehr schön, wir gehen heute in Book of Cats Megaways. Das hat es mir ein bisschen angetan, beim letzten Mal, wo wir es gezockt haben. Wir werden die großen Boni kaufen, 1.500 Euro, let's go, will nicht lang schnacken. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch den Spaß reinzieht. So, dann gucken wir mal, was es bringt. Ich hatte ja einmal richtig Glück in diesem Spiel. Ist mir dann wieder eingefallen, wo ich das das erste Mal gezockt habe. Deswegen heute die zweite Session in dem Spiel, gutes Symbol. Gucken, was es da bringt. 12 Freispiele an der Zahl. Let's go, direkt ein Dreier. Macht 150 Euro, ist okay. Brauchen aber Minimum 4 Mal mit hohen Megaways. Oh, sieht noch nicht so gut aus. Und eine Verlängerung würde ich natürlich auch fühlen. Au, 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 oh, o, oh, 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 nicht so, nicht so Ah, und ich habe so hoch gekauft, ey Nein, 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 was war das? 218 Euro, Freunde Ja, wie macht man das wieder gut? Wir sind runter auf 9,3 Ja, ich kaufe noch einmal für 1,5 Und wenn gar nichts kommt, muss ich mir was überlegen. Oh, Mann, ey. Leckofano, jetzt komm, knall mal was. Gib mir mal die Mieze. Komm, Top-Symbol. Mach wieder ihn hier. Ah, okay. Egal, dann mach mal einen Fünfer. Das kannst du jetzt nicht machen, noch mal nichts. Da muss jetzt was kommen. Fünfte Fahrspiel, schon nichts. Hallo. Irgendwann bist du kaputt, oder was? Aber das ist ja des Grauens. Oh, Verlänger, 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 Verlänger. 81 Euro ist es sein Ernst? Wir haben 3.000 Euro so verknallt jetzt. Ja, nochmal für ein Tausender, aber dann muss jetzt auch langsam. Mein Gott. Oh, sieh dir nur hier. Abonnieren nicht vergessen. Like nicht vergessen. Ich... Ich drehe schon... Ja, gut. Aber jetzt aber auch dann mal was machen. Ja, komm schon. Ja, was macht das? Ja, nichts. Nichts. Brauchen die Bücher und dann... Ja, das bringt halt nichts. Wer feiert sich dafür 168? Oh, macht doch 4. In dem Spiel mal ein Vorbild, das wäre krank. Oh, mal 2. Weißt du auch nicht viel, ne? Ja, wunderbar. Wieder minus 600. Und so ergibt sich eine Balance von 7.300. Minus 3.000 Euro sind wir schon. Egal. Let's go, wir machen weiter. Mal gucken, wer hier als Sieger rausgeht. Boah, ist das krank. Let's go. 4 Minuten. 3 Mille weg. Die wir jetzt wieder reinholen müssen eigentlich. Bin gespannt. Okay. Bisschen Wohl hatte ich, glaube ich, noch nie. Ah, letztes Mal lief es aber deutlich besser. Wie wär's denn mit einer Verlängerung erstmal? Ja, das ist doch schon mal was. 352 Euro. Ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Komm, knall mir einfach ein Volli davon. Kannst du mir ja wenigstens mal das Geld zurückgeben. Mein Gott, ehrlich. 75 Euro. Verlänger. Wieder minus 500 Euro. Ey, das ist doch ein Witz. Ne. Ich lass das nicht mit mir machen, Junge. Ne, da muss jetzt mal. Da muss jetzt aber wirklich was kommen. Ja. Und knall den einfach voll ab. Schön mit einem Mal 10 Buch. Komm. Verlängerung. Das wär's doch jetzt mal. Ding. F20x4. Cool. Ding, 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 ding. Ja! Auf den letzten, Junge. Auf den letzten, Junge. Das kann alles entscheiden jetzt. Das kann wirklich alles entscheiden. 215, boah, Junge. Aber jetzt auch rein da. Jetzt zeigt das Symbol doch mal. Ja. Reicht nicht. Am besten verlängert der jetzt nochmal. Genau jetzt schon. Komm schon. Ja, ja, ja. Komm schon, boah. Mach doch nicht diesen. Ein schönes Bild mit der Mieze. Junge, er zahlt wieder nichts. Verlängert doch nicht. 3.000 Euro, seht ihr nur hier. Let's go. Mann, ich verzweifle. Der muss jetzt. Der muss jetzt, Freunde. Boah, was mach ich? Komm jetzt. Let's go. Let's go. Let's go. Komm, der macht jetzt was. Was dickes. Mach mir jetzt was dickes. Das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. 500 Euro fehlen. Das reicht alles nicht. Okay. Das war's für heute. So, kann's auch mal laufen. Let's go. Letzte Chance. 3.750 Euro Einsatz. Keine Ahnung, was mich hier geritten hat. Komm jetzt. Ja, er wieder. Ja, dann mach doch mal jetzt einen Vierer oder Fünfer wenigstens. Mach doch mal vier jetzt wenigstens. Das knallt das. Na gut, 750 ist gut. Den mal mal zehn, Alter. Mal einmal hin. Mal verlängern. Was ist das? Komm schon. BAM, Junge. BAM. 9.720 Euro. 10.900 Euro, Freunde. Was hab ich da gemacht? Jo, Freunde, das Video ist leider abgebrochen. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel können sich jemanden spielen. Spielt bitte nur mit dem Geld. Was über, ich hatte heute echt nochmal Glück, aber ja, war sehr, sehr knapp. Genau, macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Euer Game Enjoy. Ciao.